Ja, eine eindrückliche Geschichte aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 4, von der Heilung dieses Gelähmten am Teich Pedesta. Teich Pedesta, eigentlich ein etwas gefürchiger Ort. Es hat etwas Schauderhaftes an sich, wenn da so einen ganzen Haufen kranke, lahme, verkrüppelte da rumliegen. Da geht man als Tourist nicht hin. Ja, ein irgendwie auch eigenartiger Ort. Es hat mich irgendwie auch noch so erinnert an Orte wie Lourdes, wo so Wallfahrtsorte sind, wo man hingeht, weil man hört, dort seien Menschen geheilt werden. Nur in Lourdes, da geht alles etwas geordnet zu und her und da ist es sauber. Da will man ja auch die Touristen, da will man auch etwas Geld machen, eine gute Einnahmequelle. Aber es sind so Kraftorte, wie es heute auch so heisst. Und da gibt es dann eben dieser Teich in Jerusalem. Da sollen Menschen auf wundersame Art und Weise geheilt worden sein. Und eben, wir können uns ja nicht so richtig in ihre Lage hineinversetzen. Wir haben eine obligatorische Krankenversicherung mit einer Grundversorgung. Das gab es damals alles nicht. Auch die Medizin war noch in den Kinderschuhen. Die haben schon auch einiges hingekriegt und beobachtet. Aber da war noch nicht so viel los. Und bei schwierigen Krankheiten, das hiess dann sehr oft auch finanzieller Ruin. Die Familie kam ins Nichts, die fiel ins uferlose, existenzielle Not. Und da hielt man halt an jedem Grashalm fest, wo man irgendwie konnte. Es ist noch interessant, jahrzehnte oder jahrhundertelang hatte man keine Ahnung, weil es diesen Ort in Jerusalem nicht gab. Da gibt es ein Edersheim. Der hat ein dickes Buch geschrieben. The Life and Times of Jesus. Kennen wahrscheinlich die einen noch 1883. Das war dort schon so fast wie eine Art ein Bibelwissenschaftler, der da Fakten zusammentrug, um die Zeiten besser zu verstehen. Und er schreibt dort, jeder Versuch, den Ort zu identifizieren, ist fehlgeschlagen. Aber Ausgrabungen stiessen 1956 tatsächlich auf diese Anlage mit solchen Wasserbecken. Und wo man auch sah, da müssen auch Säulenhallen tatsächlich gestanden haben. Es ist doch interessant, dass man da, man hatte lange auch an der Historizität vom Johannes-Evangelium gezweifelt. Und dass sich dann einfach Legenden oder Mythen oder er hat Dinge erfunden hat. Plötzlich merkt man, nein, der hat das nicht erfunden. Das gab es tatsächlich. Es war in der Nähe des Tempels. Man liest von Dimensionen von einem dieser Becken, 120 Meter lang und 60 Meter breit. Also es war nicht ein kleiner Tümpel, sondern das war eine grössere Geschichte. Und weil dann eben immer mehr Menschen sich dort ansammelten, weil da irgendwie so ein Ruf von dort ausging, da war man noch etwas sozial. Da hat man dann eben die Hallen gebaut und dann noch eine Halle dazu. Das muss also, ja doch, recht viele Leute angezogen haben. Und etwa 200 vor Christus muss das in den Fels gehauen worden sein. Der Herodes der Grosse hatte dann einige Jahrzehnte vor Jesu Geburt dann das Ganze prunkvoll ausbauen lassen. Ja, und dann im dritten, vierten Jahrhundert später hatte man dann diese Städte in ein Heiligtum für den griechischen Gott der Heilkunst, Asclepius, quasi das ihm geweiht und dort so eine Stelle gemacht. Also das blieb immer über lange Jahrhunderte so quasi wie ein Kraftort, wie man dort so sagte. Um 500 nach Christus wurde eine Kirche über dieser Städte gebaut und 614 wieder weg, also wieder ausradiert, da ging hin und her. Ja, das nur kurz so. Ah, ich habe da noch ein Bild von dieser Städte. Da unten sind eben die Ruinen, die man dann gefunden hat. Hinten wurde dann die St. Anna-Kapelle später gebaut, hat aber eigentlich nichts direkt mit dieser Stelle zu tun. Das kann man also heute besichtigen. Was suchte wohl Jesus dort? Wieso ging er dorthin? Für mich wirkt es wie etwas eigenartig, weil er scheint dort wie eher unerkannt aufgetaucht zu sein. Vielleicht waren auch nicht viele Leute dort, die ihn schon getroffen hatten, weil es halt eben viele waren, die einfach rumlagen, die waren nicht mobil. Und der Geheilte wusste ja dann, als er gefragt wurde, gar nicht, wer das gewesen sei, der ihn da geheilt hatte. Das ist noch eigenartig. Und eben, es heisst, dass Jesus danach gleich wieder verschwunden sei. Quasi abgehauen. Da habe ich drüber nachdenken müssen. Ja, irgendwie so in dieser Szenerie, so etwas Kultisches, irgendwie etwas Religiöses, da mit dem Wasser, das sich da bewegt, und der Erste, der da reinkommt, das hat ja noch im Johannes-Evangelium, Vers 4, eine Erklärung. Die findet diese Erklärung eben mit dem bewegten Wasser, und wer zuerst reinkommt, die findet man in den frühesten Manuskripten vom Johannes-Evangelium nicht. Man vermutet, dass das später dann als Erklärung hinzugefügt worden war. Aber eben, man kann davon ausgehen, das waren irgendwie so Becken, die von einer Quelle gespiesen wurden, miteinander verbunden, und wenn dann mal wieder ein Schwall Wasser reinkam, hat es dann wahrscheinlich irgendwie das Wasser etwas bewegt, den Schlamm wieder etwas aufgewühlt, und man hat dann dem so quasi eben heilende Kräfte irgendwie zugesprochen. So könnte man sich das vorstellen. Es wird nicht weiter kommentiert. Es wird einfach so diese Szenerie beschrieben, und Jesus scheint dort dann eben hingegangen zu sein, aber es ist irgendwie nicht ganz klar. Er passt nicht ganz in diese Szenerie. Ja, und dort traf er eben dieser Gelähmte an, der schon 38 Jahre dort war, und irgendwie, es steht nicht wie, da die einen, die da, nein, die ganz weise sind, die sagen dann, das hat Jesus von Gott oder vom Heiligen Geist mitbekommen. Er weiss es nicht. Einfach, er hat da mitbekommen, dass da dieser Mann schon 38 Jahre lang an diesem Teich gelegen war. Also, es heisst zwar nicht, dass er 38 Jahre am Teich lag, das ist noch ein kleines Detail, sondern er war schon seit 38 Jahren krank. Wie lange er effektiv dort lag, aber wir können schon davon ausgehen, schon eine ganze Weile, aber es ist nicht jetzt unbedingt 38 Jahre an diesem Ort. Das steht nicht zwingend so da. Ich habe noch gestaunt, es gibt eine Stelle im Alten Testament, wo 38 Jahre vorkommt. Wird aber auch nicht direkt Bezug darauf genommen, aber ich habe es doch noch spannend gefunden, und zwar im 5. Mose 2, Vers 14, wo es so rückblickend auf die Wüstenwanderungszeit, dann heisst, die Zeit, die wir von Kadesh Barnea an gewandert waren, bis wir das Tal des Seret überquerten, betrug 38 Jahre. So lange dauerte es, bis die Generation der waffenfähigen Männer vollständig ausgestorben war, sodass sich keiner von ihnen mehr im Lager befand, wie es ihnen der Herr geschworen hatte. Wir haben ja so die 40 Jahre im Kopf, das kann gut sein, dass da noch etwas davor oder danach gelaufen ist, aber da ist so ein Abschnitt da. Ich habe dann gemerkt, wie bringt man das jetzt in einen Zusammenhang? Muss man ja nicht. Die Bibel macht es selber auch nicht. Aber es ist doch eine extrem lange Zeit und vielleicht hat es einfach auch etwas daran, jetzt ist die Zeit. Es ist ja manchmal interessant, dass man für Dinge jahrelang betet und plötzlich ist es jetzt, ist die Zeit da. Keiner kann erklären, warum, aber jetzt ist die Zeit abgelaufen. Gottes Zeit ist da. Ja, nun, lassen wir das mal so stehen. Jesus fragt an diese komische Frage, willst du gesund werden? Und er hat, dieser Gelähmte hat dann nicht gerade so reagiert, wie in unserem Anspiel, das ist ja lustig, sondern er hat eigentlich indirekt geantwortet, indem er gesagt hatte, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, sobald das Wasser auffällt, in den Teich trägt. Während ich mich hinschleppe, steigt schon ein anderer vor mir hinein. Willst du gesund werden? Also, das Ja kommt nicht, aber er sagt ganz klar, ich habe gar keine Chance. Das ist gut gesehen. Das ist nicht Kapitel 4, sondern Kapitel 5. Das ist falsch hier. Ja, auf jeden Fall, das klingt schon ziemlich resigniert, ziemlich frustriert, ziemlich hoffnungslos. Und dann im Vers 8 und 9, dann sagt Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Liege und geh. Sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Liege und ging. Wow. Da fehlen einem die Worte, um beschreiben zu können, was in diesem Menschen abgelaufen sein muss. Ja, Befreiung. Eine neue Welt tut sich auf, ein neuer Lebensabschnitt ist eröffnet. Da muss einer sein Leben neu organisieren. Aber, ja, das ist dann eine andere Geschichte. Aber eben komischerweise geht plötzlich ein Rumore los. Hey, hallo, was fällt dir ein? Das geht doch gar nicht. Ein No-Go. Es war ja Sabbat. Und am Sabbat ist jegliche Arbeit zu vermeiden. Was fällt dem ein, seine Liegematte da rumzutragen? Das ist nicht erlärmt, das geziemt sich nicht. Der Geheilte versucht sich dann noch zu rechtfertigen, in dem er eben sagt, der mich gesund gemacht hat, sagte zu mir, nimm deine Liege und geh. Also gar nichts dafür. Und dann, ja, wollten sie dann wissen, wer ist denn der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liege und geh. Also es scheint nicht öffentlich bemerkt worden zu sein, was da gelaufen ist. Der Geheilte wusste aber nicht, wer es war. Jesus war nämlich weggegangen, abgehauen, weil dort eine grosse Menschenmenge zugegen war. Und eigentlich der Rest des ganzen Kapitels, und es ist noch ein längeres Kapitel, da wird debattiert, da wird diskutiert, da wird gestritten über den Sabbat und darf der das überhaupt und so weiter. Die frommen Polizisten sind sofort auf dem Plan. Walter Lüthi, ein Theologe, Pfarrer, er hat viele Kommentare geschrieben, er sagt es so, die Frommen, die dem lieben Gott vorschreiben, wann er einen Elenden retten darf und wann nicht, die den Engeln im Himmel befehlen, wann sie jubeln dürfen und wann sie schweigen sollen. die frommen Polizisten. Was eben nachher folgt ist noch, also da müsste man sich jetzt separat rein vertiefen, die ganze Diskussion, die es jetzt ausgelöst hatte. Ich habe gemerkt, das wird etwas kompliziert, das so dann auch noch reinzunehmen. Ich bin dann stehen geblieben und musste dem nachdenken, warum ist Jesus abgehauen. Es waren ja noch so viele Kranke dort. Warum hat er nicht alle geheilt? Es gibt in einem der anderen Evangelien den Hinweis, als er irgendwo war, da brachten sie alle Kranken zu ihm und er heilte alle. Und hier begibt er sich mitten ins grösste Elend und pickt genau nur einer raus und verschwindet dann. Ist noch komisch. und da ist mir wieder aufgegangen, wie wir eine menschliche Sicht der Dinge immer wieder haben. Wir leiden unter Kurzsichtigkeit. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist meine Interpretation. Man kann vielleicht eine andere finden. Ich habe nirgend diskutiert gefunden. Ich habe einfach darüber nachdenken müssen, warum heilt Jesus nur einer und verschwindet dann. Ich habe gemerkt, für uns ist Hauptsache Heilung erledigt. Das hat etwas auf sich. 38 Jahre leiden, gelähmt sein, dahin vegetieren ohne Hoffnung. Das ist schon was. Und die Heilung, das ist dann die einzige Hauptsache. Aber wenn man dann über die Aussage des Gelähmten nachdenkt, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, sobald das Wasser aufwalt, in den Teich trägt, während ich mich hinschleppe, steigt schon ein anderer vor mir hinein. Selbst unter den Ärmsten der Armen keine Solidarität, keine Rücksicht. Ich bin mir selbst der Nächste. Hilf dir selbst, dann ist dir geholfen. Ich finde das noch schwer zu fassen, auch wenn man denkt, Slam-Gebiete, all die Armen. Und wenn man dann hört, wie das Banden gibt, wie sie, wenn man Bilder sieht von Südamerika oder einfach von Drittweltländern, auch in Sri Lanka ist das so, immer die grossen, schweren Tore. Die müssen gute Türen haben, auch wenn Ranjen Fernando Menschen hilft, ein Haus zu bauen, die Türe ist ganz, ganz wichtig, weil da wird geklaut. Die Armen beklauen sich auch selbst. selbst an diesem Teich des Elendes, eine hoffnungslose Verlorenheit der Menschen. Und was nützt die Heilung, was nützt, wenn alle geheilt werden? Dann laufen alles geheilte, gesunde, starke Egoisten auf dieser Welt herum. Natürlich haben sie es nicht mehr verdient oder weniger verdient, krank zu sein, aber einfach nur geheilt, damit ist die Welt noch nicht in Ordnung. Es gibt viele Gesunde, die nehmen sich das Leben, die sind zu Tode unglücklich, sie haben das Leben satt. Viele Gesunde, die täglich klönen, sie stöhnen, leertönen, bedrohlicher dröhnen und verpönen, argwöhnen mit bösen Untertönen und schauerlichen Zwischentönen, andere übertönen. Ja, Jesus will gesund machen und heilen, aber Jesus hat eine viel grössere Vision. Nicht die Vision von Geheilten, die nach einigen Wochen oder Monaten wieder traurig, die Strassen lang gehen, weil man gewöhnt sich dann wieder ans Gesundsein. Dann kommt der graue Alltag auch. Er hat die Vision von einem ganzheitlichem Leben. Heil ist nicht, wenn jemand wieder gesund ist. Heil ist, wenn Gott in dieser Welt wieder die Erlaubnis bekommt, das Sagen zu haben. Ja, dann werden Kranke wieder gesund, aber dann gibt es ein ganz anderes Gedränge an diesem Teich, weil jeder schaut, dass zuerst der Andere reinkommt. Da muss man sich absprechen, organisieren und dann vielleicht, ja, was haben wir für Kriterien, ja, okay, 38 Jahre ist jemand schon länger, ja, und so weiter. Da wird nicht einfach reingesprungen und geellbögelt. Jesus hat die Vision einer Welt, in der Gott nicht zum Erbsenzähler degradiert und als Heilpolizist streng beobachtet, wer am Sabbat vielleicht etwas Verbotenes macht. Das ist nicht die Vision von Jesus. Er hat die Vision eines Vaters im Himmel, der sich erbarmt, der das Leben zurückbringen möchte. Jesus hat es vorgelebt, wie es ausschaut, wenn das Leben wieder zum Blühen kommen sollte. Jetzt könnte man durch das ganze Johannes Evangelium durchgehen. Johannes 1,14 und das Wort wurde Fleisch und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater voll Gnade und Wahrheit. Jesus ist als Abbild Gottes in diese Welt gekommen. Er hat im zweiten Kapitel vom Johannes Evangelium eine Hochzeit gerettet. Der Wein ist ausgegangen, wie peinlich. Und Jesus hat das Fest gerettet mit einer Schwemme vom besten Wein. Jesus hatte die Vision vom Leben, wo man einander beisteht und hilft und Probleme löst füreinander und vielleicht sogar auch Peinlichkeiten löst füreinander. Wir sahen seine Herrlichkeit. Wow, darin hat man es gesehen. Auch in Johannes 2 räumt Jesus den Tempel auf. Wir schaunten seine Herrlichkeit. Begegnen wir dem Programm Gottes, was ihm wichtig war. Er hat die Vision von einer Gesellschaft ohne religiöse Korruption und da sind wir übrigens alle anfällig dafür. Ich weiss nicht, wie es mir geht, wenn ich plötzlich die Vollmacht habe zu heilen und dann auch Leute hin pilgern und kommen und plötzlich plötzlich ich weiss nicht, ja, man kennt diese Geschichten. Wir sind alle anfällig für religiöse Korruption. Jesus hat aufgeräumt damit und nachher es gibt eine Tempelreinigung Szenen eben im Johannes 2, aber dort ist nicht erwähnt, aber in einem der anderen Evangelien nachher heilte er Menschen im Tempel. Er bringt den Tempel wieder zu seiner Bestimmung zurück. Ein Tempel, ein Ort, wo man in der Nähe Gottes sein darf und der sich um die Nöte der Menschen kümmert. Oder eben Johannes 4, da spricht Jesus mit einer Samaritanerin. Mit denen wollten die Juden nichts zu tun haben und erst recht redet ein anständiger Jude, wie Jesus es sein sollte, nicht mit einer Frau. Die Vision von Jesus ist eine Welt ohne Gender Wahnsinn, weil Männer Frauen ehren und achten und weil Frauen Männer ehren und achten und dann wäre das Thema eigentlich erledigt. Wir sagen, seine Herrlichkeit, schau sein Leben an, dann siehst du, was ihm wichtig ist. Mir tut manchmal etwas weh, unsere Lobpreislieder. Die drehen sehr viel um uns selbst. Ich werde geheilt. Wo werde kein anderer Ort, wo ich glücklich werden kann, was um mich dreht. Natürlich das ist alles richtig, aber wenn ich Jesus verstanden habe, habe ich in ihm ein Vorbild, wie er sich kümmert und wie er eine Welt verändern will. Ja, hier in Johannes 5 eben sucht Jesus einen der elendesten Orten von Jerusalem auf. Ein Ort, wo so viel Not, Elend und Schmerz konzentriert wird. Und er hat die Macht, auch die zu heilen, die möglicherweise so würde man den natürlichen Schuss ziehen, eben schon am längsten die Hoffnung aufgegeben haben. Jesus konnte sich auch an einer Hand abzählen, dass er sich Probleme einbrocken wird. Wie viele Male hat er sich seine Sympathie verspielt, weil er gerade eben auch am Sabbat Menschen geheilt hatte. Jesus träumt eine Vision, wo Menschen den Mut haben, zum Wohl von anderen den eigenen Kopf hinzuhalten. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, der war knallhart im Einstecken, weil er die Vision hat von einer besseren Welt, von einer Welt des Heils. Jesus träumt diese Vision nicht nur, er beginnt diese Vision zu leben, er spricht zu diesem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Da war irgendwer, der hat dem Gelähmten diese Strohmatte, was es wahrscheinlich war, hingetragen. Jetzt ist er gesund, jetzt muss er die Matte nicht mehr tragen lassen, er kann sie jetzt selber nach Hause tragen, du bist befreit, um wieder Verantwortung zu übernehmen und nicht einfach, dass dir wieder gut geht, sondern dass du teil wirst an Gottes Projekt, eine Welt zu bauen, in der es besser wird. Das Leben hat wieder begonnen, du bist jetzt selbst gefragt. Es heisst im Vers 14 auch Janus 5 im gleichen Zusammenhang, dass Jesus den Gelähmten im Tempel wieder angetroffen hatte. Und er sagt zu ihm, sündige nicht mehr. Das sündige nicht mehr können wir jetzt mit Sündige weiss gar nicht, wie ich dem sagen soll, in einer religiösen Weise hören, dann denken wir wir dürfen nicht sündigen. Das frommes Gerede, frommer Schrott. Es geht doch darum, nicht mehr sündigen heisst, seid ihr nicht mehr selbst der Nächste. Sei nicht mehr rücksichtslos, weil du machst den Anfang, dass es kehrt. Und wenn der andere auch nicht mehr rücksichtslos ist, dann profitierst du. Aber es beginnt immer bei dir. Es hat bei Jesus begonnen. Er hat alles auf sich genommen. Er war der Erste. Du bist nicht der Erste. Er war der Erste, der die rechte Backe hingehalten hatte. Er hat alles in seinem Leben dafür investiert, dass es anders wird. Er hat eine neue Lebensweise vorgelebt. Beginne, also nicht mehr sündigen heisst, beginne an einem Lebensstil Anteil zu nehmen, der andere nicht mehr benachteiligt. Ja, was nützt die Heilung, wenn du danach wieder volldampft das Leben anderer schwer machen wirst? Merke dir, Heilung, da geht es nicht einfach um Gesundsein, sich wohlfühlen. Heilung, da geht es um etwas Ganzheitliches und das war das Anliegen von Jesus. Ich bin überzeugt, das hat Jesus auch gehindert, da nicht einen riesen Chaos in diesen Hallen zu veranstalten. Nachher sind alle geheilt, aber eigentlich nützt es nichts. Das Körperliche ist Teil von etwas grösserem Ganzen. Die Explosion der medizinischen Forschung und Wissenschaft, ja, sie hat die Welt schon etwas besser gemacht, aber die Welt wartet auf eine Explosion der Liebe, der gegenseitigen Achtung, der Fürsorge und des Teilens. und ich bin eigentlich ziemlich fest davon überzeugt, wenn wir das wieder begriffen haben, wenn sich das Evangelium nicht mehr nur um unsere persönliche Erlösung und unser ewiges Heil dreht, sondern dass wir Teil werden von dieser Mission von Jesus. Johannes Evangelium kommt das Wort Basileia kaum vor, aber er hat andere Bilder gebraucht. Basileus kommt mehrere Male vor, also Jesus als König mit dem Schild Jesus, der König der Juden, er ist König geworden, aber er hat uns vorgelebt, was König sein heisst. und ich bin sicher, wenn wir das wieder begriffen haben, dann werden auch Zeichen und Wunder wieder folgen, aber Zeichen und Wunder sind dann nicht Selbstläufer, sondern sie unterstützen die Umsetzung der Vision von Jesus von einer Welt voll echtem Leben, ich bin gekommen, damit sie Leben und Fülle haben. Johannes 10, 10 und in diesem Sinne hat es mich bewegt, die Frage, warum Jesus dort weggelaufen ist, er ist auch in Johannes 6 ist er mal davon gelaufen, da hatten sie die Speisung der 6000 und das war richtig schön und dann haben sie beobachtet am Abend, wie Jesus mit den Jüngern zum See ging, sie wollten immer bei Jesus sein, weil es Brötchen gibt und dann sind die Jünger alleine gegangen und am nächsten Morgen ist der Jesus nicht mehr da, alle suchen ihn, er ist verreist, ist ihn danach ganz leise über das Wasser, er müsste die Geschichte lesen und dann sind sie ganz frustriert, weil sie ihn nirgends mehr gefunden haben, um den See gelaufen und dann entdeckt, er ist wieder in einer Synagoge am Lehren und er hat gesagt, ihr habt mich nicht gesucht, weil ihr meine Anliegen verstanden habt, sondern nur euer Bauch wieder gefüllt haben wollt, das ist nicht das Heilsprogramm von Jesus und das müssen wir verstehen und das müssen wir umdenken und eben wie gesagt, dann bin ich sicher, dass Zeichen und Wunder wieder anfangen werden, aber eben nicht als Selbstläufer, sondern sie werden eine Unterstützung für das Umsetzen von Gottes Heilsprogramm dort, wo wir leben, wo wir wirken. Amen. Amen.